Kathi Hummels, 34, kann mit ihrem Sohn Ludwig, 4, schon über sehr ernste Themen sprechen. Die Moderatorin leidet, seitdem sie 15 Jahre alt ist, unter Depressionen. Doch dank professioneller Unterstützung gehe es ihr heute viel besser. Sie nutzt gerne die Öffentlichkeit, um auf ihre Erkrankung aufmerksam zu machen, und Betroffene zu unterstützen. Doch nicht nur öffentlich, sondern auch im privaten Kreis sei es ihr ein Anliegen, aufzuklären. Jetzt hat Kathi mit ihrem Sohn Ludwig über ihre mentale Gesundheit gesprochen. In ihrer Instagram-Story erzählte Kathi, Ludwig hat mich heute gefragt, wie mein Termin war. Ich habe gesagt, dass ich bei der Therapeutin war, damit es meiner Seele gut geht. Und seine Antwort, ach so, dann ist gut Mama. Die Antwort ihres Vierjährigen empfand seine Mama erstaunlich. Beste Reaktion Wenn wir unseren Kindern lernen, dass es wichtig ist, auf Körper und Seele zu achten, wird es zur Selbstverständlichkeit, ist sie sich sicher. In ihrem Buch Mein Umweg zum Glück berichtete die Autorin, dass ihr vor allem Yoga in schwierigen Situationen geholfen habe, mit ihren Depressionen zurechtzukommen. Doch geheilt könne sie wahrscheinlich nie werden. Kathi versicherte aber, man kann damit leben. Schließlich habe jeder mal seine Höhen und Tiefen. Doch anstatt sich selbst niederzumachen, solle man versuchen, immer wieder aufzustehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.